Ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will. Ich zeige es ihm mal. Halt! Oder ich kann Zeugen auffordern, mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Das wirkt in vielen Fällen abschreckend auf den Täter. Und in den meisten Fällen können Sie auch aus so einer Situation in eine gesicherte Position kommen.